Hallo und willkommen zurück. Mein Name ist Foriander und ich spiele Minecraft mit ganz vielen Mods. Ich bin hier am noch entstehenden Zoo und dachte mir, wir machen hier heute mal ein bisschen weiter. Und zwar ist hier auf der rechten Seite so ein Tümpel, ein Teich. Ich habe hier ein bisschen von dem Dirt oben drüber weggenommen. Und dann dachte ich mir, da nutze ich doch die Landschaft gleich dafür und baue hier ein Aquarium hin. Wir haben ja hier in Minecraft, mal abgesehen von den diversen Sorten Fischen, dank Pemps Harvest Craft jetzt auch einen Haufen mehr, eigentlich nur eine Spezies, die im Wasser lebt, nämlich die Squids. Und das habe ich in Vanilla schon mal probiert, hier so ein Aquarium hinzusetzen. Das hat überhaupt nicht so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Und dann muss ich jetzt ja aus Prinzip hier eins bauen. Und für ein Aquarium habe ich natürlich gerne oder hat man natürlich gerne so irgendwas in Richtung Blau als Farbschema. Da gibt es zum Beispiel hier diese Waterstone Bricks von Chisel. Die sind einfach zu machen, ein bisschen Stone, ein bisschen Wasser. Und die kann man verwenden im Chisel zu, naja, so einer Handvoll anderen Waterstone Sachen. Und dann gibt es hier diesen Temple Block, der ist auch aus Chisel mit Lapis. Und auch den kann man in verschiedene andere Chisel Blocks umbauen. Und dann bin ich irgendwann drüber gestolpert, dass es hier Diverses an Keramik und so weiter gibt. Und da gibt es zum Beispiel diesen Royal Blue, Königsblau. Und da kann man dann aus Clay und Royal Blue Pigment so Keramikteils machen. Und die können ganz viele verschiedene Farben. Und damit kann man auch Glas färben und so weiter und so fort. Und dieses Royal Blue Pigment, das steht hier in NEI nicht drin. Aber ich habe es nachgeguckt. Das kriegt man von der Scabius, von dieser Blume. Und die kann man züchten. Das heißt, ja, das ist Binismods, das ist Botany. Ich war bis jetzt davon ausgegangen, dass das tatsächlich noch nicht wieder aktiv ist. Weil dieses ganze Blumenzüchten, das funktionierte lange Zeit nicht. Aber anscheinend funktioniert das jetzt wieder. Und das werde ich jetzt ausprobieren. Außerdem gibt es einen ganzen Schwung interessant gefärbter Sachen, wie zum Beispiel hier dieses Frostbound Zeugs von Craft. Und dafür braucht man, na wo ist er denn, da ist er. Dafür braucht man Eis. Und ich will ja eh meine Kühlkammer mit Eis ausstatten. Also machen wir jetzt mal zwei Sachen. Das eine ist, wir machen eine Eismaschine in irgendeiner Form. Da könnte man zum Beispiel Schnee komprimieren. Das ist auch eine Idee. Den Kompressor von Industrial Craft, den benutze ich eigentlich kaum. Und ich habe Bienen, die Schneebälle machen. Und ja, das ist Blood Magic. Das machen wir nicht. Und das ist auch mit einem Schneeblock. Das machen wir auch nicht. Chisel, das wissen wir. Wir könnten eine Watery-Biene benutzen, um uns direkt Eisblöcke zu machen. Das ist auch eine interessante Idee. Eigentlich dachte ich eher, was ich ja auf jeden Fall auch haben will, ist das Packed-Eis. Dieses hier. Und das machen wir aus Eis. Da müssen wir sowieso Eis machen. Okay. Mit Jelly-Cryothium. Und dafür habe ich auch eine Biene. Außerdem ist ungefähr ein Fass voll davon noch im AE-System. Und dann ist mir aufgefallen, was ich in Vanilla benutzt habe für mein Aquarium, weil das einfach thematisch passt, ist das ganze Prismarin-Zeugs. Das gibt es in Vanilla erst ab Minecraft 1.8. Wir sind hier ja noch in 1.7.10. Aber Botania bietet das an und da kann man dann Prismarin-Charts nehmen und Prismarin-Koppel machen und mit dem Koppel dann die Bricks und so weiter und so fort. Das ist eigentlich genauso wie in Vanilla. Die Prismarin-Charts macht man mit Mana-Infusion. Dafür braucht man Nether-Quarts und so einen Catalyst unter dem Mana-Pool. Und den haben wir auch noch nicht. Das heißt, so ein Ding baue ich dann jetzt auch. Und ja, ein bisschen Vorbereitungsarbeit machen wir uns mal auf zur Einschrank-Basis, die praktischerweise direkt um die Ecke liegt. Und die hat eine ganze Etage voll Botania-Zeugs. Dann fangen wir damit mal an. Es ist mit dieser schnellen Bewegung wirklich manchmal nicht leicht, die Kurve zu kriegen. Vielleicht sollte ich doch mal die Schuhe abschalten oder so in dieser Rüstung. Damit komme ich nicht nach oben. Das ist nicht der Elevator. Der ist hier. Hier haben wir automatisierte Mana-Produktion. Das heißt, es bietet sich an, auch hier irgendwo einen Katalysten hinzustellen. Oder machen wir das eine Etage höher? Oder hat der Delator hier vielleicht sogar? Ne, das sieht nicht so aus. Hat der doch keinen hingestellt. Die beiden sind hier für das Alfheim-Portal. Na, dann bauen wir hier mal eben einen Mana-Pool hin. Ah, Living Rock brauchen wir gleich. Und da ist kein Mana-Pool drin. Hier müssen irgendwo welche liegen. Ich weiß, dass ich hier welche übrig gehabt habe. Dann sind die eine Etage tiefer. Dann nehmen wir uns mal so einen. Einer dürfte uns reichen. Und einen Spark. Dann können wir den nämlich gleich mit versorgen lassen. Und dann machen wir hier einfach mal... Hier läuft ein Pinguin rum. Machen wir noch kein Loch im Boden. Das machen wir gleich. Eine Ender-Perle brauchen wir. Einmal so. Und dann machen wir eine Mana-Perle draus. Gleich beim ersten Mal getroffen. Das ist ja auch was wert. Und dann brauchen wir noch... Moment. Prismarin. Das ist die schnellste Methode, dahin zu kommen. Zwei Brewing Stands. Habe ich die eventuell sogar schon hier drin? Ich habe zwei Brewing Stands hier schon drin. Das ist doch wunderbar. Dann müssten wir eigentlich alles zusammen haben, um den Alchemy Catalyst fertig zu kriegen. Tada! Und den stellen wir hier einfach... Ja, machen wir das ruhig hier oben. Den stellen wir hier einfach mitten rein. Schwupp! Und den Catalyst drauf. Und dann einen Mana-Pool oben drüber. Und der muss jetzt natürlich noch Mana kriegen. Deswegen setzen wir den Spark da drauf. Und dann sollte er eigentlich... Das können wir nachprüfen. Wenn ich hier mal... Da ist mein Rucksack mit ganz vielen Werkzeugen drin. Ich kann den eigentlich mal wegtun. Den brauche ich nicht mehr. Und wenn wir uns dann den Wand of the Forest mal in die Hand nehmen, müsste der mir eigentlich anzeigen... Ja, der wird, das sieht man an den vielen bunten Linien, von den anderen mitversorgt. Dann müssen wir die jetzt nur überreden, ein bisschen Mana rauszurücken. Und das ist eigentlich ganz einfach. Dieser Vorratspool, den wir hier haben, aus dem sich das alles hier versorgt, da ist hier der eine hier hinten am Komparator angeschlossen. Und dieser Komparator triggert auf dieser Seite, dass da Holzkohle auf die Endo-Flames fällt und die Mana machen und da hinten die Entropinien mit TNT-Explosionen versorgt wird. Das heißt, wir müssen nur diesen letzten Mana Pool anzapfen und da habe ich genau das Richtige dafür. Ich habe einen Terra Shatterer. Das ist die Terra Steel Spitzhacke von... Die kann ich mal kurz zeigen. Die ist nämlich beeindruckend. Das ist die Terra Steel Spitzhacke von Botania. Und da gehen wir hier mal irgendwo nach unten, wo wir einen Fußboden nicht mehr unbedingt brauchen. Ups, da habe ich ganz viel Wolle abgekriegt. Denn anscheinend ist in der aktuellen Version von Mind Factory Reloaded der Rancher sehr eigen, in welche Richtung er mit Condries verbindet. In die, in die er verbunden war. Der Rancher da hinten, der die Schafe schert. In die macht er das nicht mehr. Der spuckt jetzt die Wolle nach hinten aus. Und eigentlich sollte dieser Vakuumhopper da oben die aufsammeln. Aber das ist kein so wichtiges Problem. Da muss ich mich noch bei Gelegenheit mal drum kümmern. Hier können wir das zeigen. So ist das eine ganz normale Spitzhacke. Und den Block setzen wir da mal wieder hin. Und wenn ich rechts drücke, dann, je nachdem welchen Level die hat, die hat schon Level S. Nächster Level ist SS. Und das ist, glaube ich, der höchste Level. Die macht jetzt 7 mal 7. Also 49 Stück. Im nächsten Level macht sie dann 9 mal 9. Dafür muss man da unheimlich viel Mana reinstecken. Das Loch können wir, jetzt brauche ich den Doppelbilder Swant. Das Loch machen wir noch mal eben wieder zu. Und für den ersten Level, die kommt mit Level D, glaube ich, ist der erste Level C oder D. Und für den ersten, da macht der Terror Shatterer nur maximal einen Block. Ganz normal wie eine Spitzhacke. Und wenn man den dann auflädt, dann kommt der irgendwann zu 3 mal 3 und 5 mal 5. Und der hat einen exponentiell ansteigenden Bedarf an Mana. Der letzte Level hat mich 100 Pools voll gekostet. Der nächste kostet mich 1000. Das dauert dann eine ganze Weile. Der Terror Shatterer saugt jetzt gerade Mana aus dem Pool. Dadurch ist dieser Komparator getriggert. Und hier kann man sehen, da fällt die Holzkohle in die Endo Flames. Und da hinten, so, das müsste uns reichen, machen wir ihn ganz leer, wo wir schon dabei sind. Und da hinten, ja, das sind so ein bisschen Rendering-Probleme mit diesen Sparks mit Botania. Ja, da werden manchmal Sachen transparent, wenn man da durchgeht. Hier ist, da ist eine Entropinium. Da. Und die ernährt sich von Explosionen. Und da ist dann ganz viel Obsidian und Harden-Glas, was explosionssicher ist. Da ist eine, deren Namen ich schon wieder vergessen habe, die sorgt dafür, dass das TNT da drauf kommt. Die kann man dadurch, durch diesen Block, da ist ein Block Obsidian drunter. Und diesen Block unter ihrem Grasblock, den benutzt sie, um das, was man ihr zuwirft, da drauf zu setzen. Das ist quasi Botanias Version eines Block Placers. Und bist du voll leer? Du bist soweit. Und dann gehen wir jetzt hier mal wieder eine Etage höher. Dann müsste nämlich, ja, wunderbar, dann füllt sich unser Mana Pool so langsam. Dann können wir nämlich anfangen. Ah, das wollte ich gar nicht. Hier wollte ich dran. Und dann wollte ich mir Quarz nehmen. Und dann können wir da ein bisschen schwupp, schwupp, schwupp und schwupp. Da haben wir Prismarin in 1,7,10. Und gut, das wird eine Weile dauern, bis das voll ist. Dann kümmern wir uns um das nächste Problem. Wie kriegen wir Eis? Da fallen mir jetzt mehrere Möglichkeiten ein. Wir haben die Biene, die können wir benutzen. Wir haben Bienen, die Schneebälle machen, die können wir benutzen und dann durch den Kompressor schieben. Schneebälle brauche ich auch für Pams Harvest Craft. Hm, ich könnte auch einfach eine Wasserquelle und das Creotheum benutzen, denn das gefriert Wasser nebendran. Da bin ich jetzt ganz unschlüssig. Ich habe beschlossen, das ganze Problem noch ein wenig zu verschieben. Wenn ich wirklich Schneebälle brauche, brauche, irgendwann. Dann denke ich mal, werde ich entweder auf eine von diesen Bienen zurückgreifen. Wahrscheinlich einfach auf die, wenn es nur Schneebälle sein sollen, auf die einfache Windtree, weil das ist eine, die wir in freier Wildbahn finden, die wir sonst zu gar nichts benutzen und die einigermaßen hohe Produktionsrate hat. Oder alternativ die Jellet. Da kriegen wir natürlich auch das Creotheum her. Das wäre eine Möglichkeit. Aber ich habe mal nachgeguckt. Ich habe 10.000 Schneebälle hier drin. Das dürfte erst mal eine Weile reichen. Das sind 2.500 Blöcke Eis. Und ja, ich glaube, da kommen wir eine Weile mit hin. Und auch das Creotheum, da haben wir 11.000 hier und da noch mal ein, oh nee, das ist gar nicht mehr voll. Ah ja, das habe ich zum Reaktorbauen benutzt. Da kommen wir aber auch eine Weile hin. Also bringen wir jetzt unserem AE-System mal bei, dass es uns ein paar Eisblöcke machen soll. da benutzen wir unsere Pattern. Und dann machen wir hier erstmal Schneebälle zu Schneeblöcken. Einmal so. Und dann brauchen wir ein zweites Pattern. Da kommt... Ich habe gar keine Schneeblöcke. Dann machen wir doch noch mal eben schnell einen. Das müsste hier gehen. Ja, wunderbar. Dann machen wir ein Processing Pattern und sagen, du machst bitte aus einem Block Schnee einen Block Eis. und den brauchen wir nicht mehr. Da machen wir auch ein Pattern draus. Und dann gehen wir hier in unser Interface Terminal und da haben wir da einmal den Kompressor. Da kommt der Eisblock rein. Und einmal den... Ich habe gesagt, ich benutze ihn eigentlich für nichts. Das ist alles Industrial Craft Zeugs hier. Und da bin ich eigentlich so ziemlich mit fertig. Von daher, ja, ich benutze ihn eigentlich für so gut wie nichts. Und in einen unserer Assembler kommt das Schnee Pattern. Und dann müssten wir hier eigentlich, wenn wir Eis raussuchen und dann hier auf Craftable gehen, dann sagen wir mal, er soll uns mal 100 Stück davon machen. 835 Bytes, da können wir mitgeben. Und was neu ist, in dieser Version von Applied Energistics ist der Timer hier oben, der uns sagt, wie lange es dauert, bis das... Eigentlich müsste der runterzählen und nicht rauf. Der sollte uns sagen, wie lange es noch ungefähr dauert, bis das Rezept fertig ist. Aber ich denke mal, der weiß nicht genau, wie lange der Kompressor braucht. Deswegen ist das eine Statistik, die er quasi intern führt und dann sagt so, okay, jetzt aber dann doch noch 14 Sekunden. Zählst du jetzt auch noch mal runter? Zehn mal runter. Sei so lieb. Das sind doch gar nicht mehr so viele. Okay. Funktioniert so nicht. Müssen wir mitleben. Um jetzt das Pact-Eis zu machen, was wir auch verwenden wollen, so, brauchen wir einen Fluid Transposer. Da müssen wir quasi das Kryothium in das Eis pumpen. Und, äh, Moment, da war was mit einer Pure Daisy. Ha, schau mal eine an. Eine Pure Daisy kann man auch verwenden. Hm. Die braucht aber eine ganze Ecke Platz. Was tun, sprach Zeus? Manchmal macht man sich einfach zu viele Gedanken. Das ist eigentlich völlig übertrieben, wenn ich jetzt die Herstellung von Pact-Eis auch noch automatisieren will. Denn, äh, eigentlich brauchen wir davon gar nicht so viel. Und eigentlich brauchen wir davon immer nur so viel, wie wir dann auch mal eben schnell per Hand machen können. Deswegen, ich habe hier von, äh, irgendwo, wo ich sie mal gebraucht habe, ein Magma Crucible und ein Fluid Transposer über. Und dann benutzen wir einfach die. Der soll mal nach rechts rausgeben. Und ich glaube, wir fügen dann auf der linken Seite ein. Und der soll mal von links annehmen. Ähm, hm, ja, vielleicht möchte ich doch ein paar Stacks davon machen. Also machen wir mal so. Und der soll dann nach rechts rausgeben. Und von oben soll er auch Dinge annehmen. Das heißt, von der linken Seite aus nimmt er jetzt hier aus dem Magma Crucible. Das können wir hier mal eben rausholen. Nehmen wir hier mal einen Stack davon. Da nimmt er das Cryothium an. Vielmehr den Dust, den Staub. und der füllt dann hier langsam den Tank. Und dann können wir uns von hier ein bisschen Eis nehmen und stecken das hier rein. Ah, nein, da, wo es blau ist. Und vielleicht sollte ich dem noch eine Energieleitung geben, so ganz nebenbei. Sonst hält das nicht lange vor mit dem Füllen. Ah, die grüne hätte ich gerne. Einmal so. Und dann macht er uns da Packed Eis drauf. Wunderbar. Genau so wollen wir das haben. Und mit dem können wir dann fein anfangen, unseren Kühlraum zu bauen. Da können wir dann hier an der Seite, wenn es sein muss, einen Cache hinstellen, der den Dust da reinschmeißt. Und hier können wir an der Seite, da können wir eigentlich schon mal eine Truhe hinstellen, damit der das, was er da macht, los wird. Spuckst du das nicht? Ja, doch. Spuckst du automatisch aus. Wunderbar. Und dann wollte ich noch nachgucken, ob ich hier denn die Augments drin habe. Natürlich nicht. Einen Satz habe ich noch hier. Dann dauert das nicht ganz so lange, wenn man da drauf warten muss. Da sind keine drin. Dann machen wir doch mal eben schnell welche. Dafür brauche ich O54 habe ich von den Reception Coils. Ja, da kommen wir eine Weile mit hin. Wir hätten gerne einmal den hier. und einmal den hier und einmal den da. Und dann können wir hier auch einmal die Beschleuniger reinstecken und dann sollte das eigentlich kein, der ist leer mittlerweile. Dann füllen wir den nach. Der braucht wahrscheinlich, nein, das ist noch nicht Gelage, das ist noch in Pulverform. Wie viel braucht er denn pro vier Stück, 250 Millibuckets pro Dust macht er da draus, dann braucht er also pro Stack Eis, vier Stacks von dem Pulver. Fein. Das können wir jetzt so ein bisschen vor sich hin produzieren lassen, der ist durch mit dem. Das geht eigentlich so schnell, dass man hier auch ganz bequem nachfüllen kann. genau so. Dann haben wir ein Stack von Impact Eis, damit können wir dann schon mal anfangen, uns Farbschema trinken und auszuprobieren. Das kommt weg. Und dann werde ich jetzt mal fleißig Blöcke produzieren, damit wir dann unsere Baumaßnahmen in Angriff nehmen können. dieses Netherquartz hier reinwerfen, um Prismarin zu machen, ist eine ganz schön öde Geschichte. Vor allen Dingen, weil man, wenn ich hier mal auf Usage gehe, jede Menge von diesen Shards braucht, um Bricks zu machen und Cobblestone und so weiter und so fort. Das ist also definitiv was, was wir automatisieren wollen. Und Botania bringt da eine feine Sache mit, um Dinge in andere Dinge reinfallen zu lassen. Die Open Crate, die kann man ganz einfach machen aus Livingwood. Das ist eine Kiste ohne Boden und die können wir, auch wenn hier ein Spark drauf ist, einfach hier drüber setzen. Die hat kein Inventar, da kann man nicht rechts drauf klicken, die macht dann nichts. Aber man kann ihr einen Hopper geben und wenn ich jetzt hier mal ein bisschen Quarz reinwerfe, dann passiert gar nichts. Das ist ja sehr praktisch. Warum fällt das da nicht rein? Wo geht das hin? Gib mal wieder her. Da ist gerade irgendwo ein halber Stack Quarz abhanden gekommen. Wer hat den denn jetzt aufgesammelt? Ich mit meinem Magnetring. Den schalten wir mal eben aus. So. Und dann versuchen wir das Ganze nochmal. Ha. Schau mal einer an. Okay. Das scheint aus irgendeinem Grund nicht zu funktionieren. Wie ihr an der Stille... Da ist das Ganze... Der ganze Quarz gelandet. Und der hat mir kein Prismarin gemacht. Hm. Okay. Das funktioniert nicht. Zurück ans Reißbrett. Wie ihr an die Stille hören könnt, ist mittlerweile auch die Mana Produktion da unten wieder eingestellt, weil alles voll ist. Ich habe hier da. Den werden wir jetzt mal ausprobieren. Das heißt vorher probieren wir aus. Nein, ein zu hoch. Ob das so geht. Wenn ich jetzt hier rechts klicke. Nein. Man muss das also droppen. Hm. Na sowas. Na sowas. Wenn ich die Open Crate nehmen wir den hier. Wenn ich die so der war senkrecht drüber. Ja, war er. Wenn ich die da oben hin mache, funktioniert die dann einmal den Hopper dran dann funktioniert die. Okay, die darf sich also den Block nicht mit dem Spark teilen. Ha, schau mal eine an. Gut. Hm. Wenn ich dann jetzt hier unten einen Vakuum Hopper hinstelle, machen wir den hier oben drauf und dann macht der in ja einmal beiseite macht der seinen Aufgang nach Ausgang nicht Aufgang so nein nicht dahin und auch nicht dahin so sondern dahin nach unten. Wie sieht das dann aus? Kommt dann Prismarin an? Da muss ich mich ein bisschen weiter weg stellen, damit ich das nicht aufsammel oder kommt dann Netherquartz an? Ja, da geht der Netherquartz direkt in den Vakuum Hopper. Das ist natürlich unpraktisch. Sehr unpraktisch sogar. Dann benutzen wir hier was anderes. Setzen wir den eine Runde zurück setzen wir ihn dahin und dann nehmen wir einmal Transfer Pipes und ich habe keinen Transfer Node mehr. Kein Problem, schnell gemacht. Nei mal wieder an, damit wir auch sehen können, was wir suchen. Brauchen wir nicht mal, nee, der ist für Liquids, der hilft uns nicht. Items, da hätte ich gerne mal einen. So, und, ah ja, der macht automatisch vier, einen brauchen wir aber nur. Und dann werden wir mehrere World Interaction Upgrades brauchen. Die wollen Eisenspitz hacken, na, sowas. vier Stück, machen wir mal vier Stück, die müssten uns reichen. Schwupp, und das müsste es eigentlich schon gewesen. Ach, einen Filter, einen Filter brauchen wir noch. Den hier. und diesem Filter sagen wir, ähm, nein, ich fange andersrum an. Diesen Item Transfer Node, den kann man benutzen wie einen Vakuum Hopper. Kann ich den so da dran setzen? Ja, dann ist er aber falsch rum. Gut, dann muss ich ihn, komm mal wieder her, dann muss ich ihn gegen einen Block setzen. Das ist kein Problem. Setzen wir da einen Block hin und da ist der Node. So, der würde jetzt so aus einem, kann ich den Block jetzt wegnehmen? Ja, kann ich. Sieht witziger aus. Der würde jetzt so aus einem Inventar alles an Items rausholen. Wenn ich ihm ein World Interaction Upgrade gebe, dann zieht er auch aus der Welt Items raus. Und wenn ich ihm zwei gebe, das muss man sich so vorstellen, mit einem Upgrade nimmt er aus diesem, aus dem Dirtblock jetzt hier. Mit zwei Upgrades nimmt er aus diesen Blöcken, also die links und rechts daneben und eine Reihe darüber. Mit drei Upgrades macht er noch einen größeren Kreis drumrum. Die schwarzen Linien, die ihr da seht, sind wahrscheinlich ein bisschen zu dünn. Ich vermute mal, dass wir zwei oder drei Upgrades werden wir auf jeden Fall brauchen, eins, zwei, drei Blöcke weit. Und der soll ja nicht alles raussaugen aus der Welt, der soll nur Prismarin nehmen. Deswegen legen wir hier einen Filter rein, in dem Prismarin drin ist. Und dann müsste das eigentlich so funktionieren, wenn wir hier oben mal einen Stack Netherquards reinlegen, dann fallen da ganz viele Prismarin Charts in der Gegend hin und her und aus dem Mana Pool und wenn der dann gleich fertig ist, Na? Ah doch, der braucht nur ein bisschen. Ich kann das ein bisschen beschleunigen. Hm. Oh doch, hat er sie alle weggesammelt. Hier ist mein Stack Prismarin. Wir können das ein bisschen beschleunigen, das aufsammeln, wenn wir die Truhe einen Block näher dran setzen. Denn der Algorithmus in diesen Transfer Notes und in den Transfer Pipes ist nicht der schnellste, ohne Speed Upgrades sowieso nicht. Und dieses eine Stück Pipe durchsucht er jedes Mal nach zulässigen Inventaren, in die er die Prismarin Charts reinlegen könnte. Und so müsste es eigentlich eine Ecke schneller geben, weil er eigentlich nur eine einzige Möglichkeit hat, nach Inventaren zu suchen. Ja, X0, Y0, Z0 und hier geht ein Chart nach dem anderen durch. Wobei der die da immer noch schneller produziert, als der sie hier einsammeln kann. Also greifen wir zum nächsten Upgrade. Da haben wir hier noch vier Stück liegen. das Speed Upgrade, mit dem müsste er schneller werden. Legen wir die nochmal hier rein und dann packen wir hier, jetzt wird langsam mein Netherquartz knapp. Ja, jetzt bleibt kein Prismarin mehr hier draußen liegen und jetzt ist zwischendurch auch der Puffer, den er hier drin hat, dann leer. Fein. Und dann kann ich da oben ein Cache oder so drüber setzen und hier vielleicht stattdessen ein Cache dran machen und dann können wir einen Riesenhaufen Prismarinscharts in kürzester Zeit automatisch produzieren. Ich muss nur darauf achten, dass hier genügend Mana drin ist. Die brauchen anscheinlich nicht sehr viel, aber die Mana Produktion anzutriggern ist ja ein ganz kleines Problem und während Terraschetterer so heißt er meinen Terraschetterer da unten auflade kann das Ding mir hier fleißig Prismarin produzieren und das können wir dann verwenden um eventuell unser Aquarium draus zu bauen. Fein. Wieder zwei interessante blockbauende Maschinen gebaut und das soll es für heute gewesen sein. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.